Hallöchen! Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Oh, sorry. Ja, die letzte Runde haben wir nachweisbar gewonnen. Mal gucken, wie es jetzt so läuft. Genau. Schauen wir mal. Ja, kann immer ein bisschen dauern bei der Suche, hatten wir ja vorher schon angesprochen. Sind wenig Spieler meist. Hast du gerade eine Zahl? Aber natürlich für 615. Ja. Oh ja, das geht ja auch. Ist auch Freitagabend. Von insgesamt 157.320 Leuten. Na gut, das ist jetzt echt wenig. Ja gut. Aber es waren oftmals schon weniger. Ja, es gab auch Tage, da waren wie gesagt echt nur 100 oder auch ja doch so über 100, 115 so um den Dreh. Ja, ja. 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 Naja. Trotzdem dauert die Suche auch gerade wieder. Man muss ja auch immer passen. Ach nee, guck mal, da haben wir doch, glaube ich, schon einen Beitritt. Das heißt natürlich nicht immer was. Wunderbar. Oder gar nicht. Ne? Und dann bricht das wieder ab. Und ja, mein Gott. Genau. Ja, seitdem das Rangliste, also seitdem es eigentlich nur noch Rangliste bei Schneefrei gibt. Das ist natürlich auch so, dass alle Spieler mitspielen müssen, weil. Ja. Genau. Es keine Bots gibt. Okay, okay. Es scheint aber funktioniert zu haben. So. Wir haben auch Pro, Zocker Pro. Genau. Das ist, da kann ja fast gar nichts mehr schief gehen. Oh, unser Andi ist. Husen Andi. Von gerade ist wieder der Ball. Ach, guck mal. Ja, jetzt müssen wir gegen ihn spielen. Ja. Oh nein. Buntes Dach. Ja, buntes Dach. Ich glaube, das war auch zu 80 Prozent mit meine Schuld, dass der reingegangen ist. Ja. Ja, ich hab den. Ja. Oh Mann. Na gut. Alles klar. Oh, Pro, Zocker Pro. Geht schon ab. Jetzt haben wir Sekunden gespielt. Schon die erste Pügelei. Ja, das kommt bei Rocketdy gleich auch ein bisschen öfter vor. Das sind nicht die friedfertigsten Menschen, die da manchmal mitspielen. Ach, scheiße. Ja, das verkacken wir ja gerade richtig. Naja, das heißt ja noch nichts. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Naja, da bin ich echt zu schweigen. Na, oh Mann. Naja, der wird noch ein bisschen rumpöbeln, aber... Ja. 20 Minuten, halbe Minute, da finden wir uns noch mal rein, denke ich. Ich glaube aber auch. Ja, jetzt zum Beispiel. Ja. Oh, es war meine Vorlage. Ja, sehr schön. Sehr schön. Oh, Zucker Pro. Alles klar. Ja, natürlich. Es war ja nicht meine Vorlage oder so. Das hätten wir jetzt auch alleine gespielt. Ja, jetzt steigt der Gegner noch mit ein. Ach, ist das schön. Freitagabend, Pöbelage. Oh, ja. Ach so, die Beleidigung war gar nicht an mich gerichtet. Jetzt verstehe ich das gerade erst. Nö, nee. Ach so, deswegen habe ich mich schon gewundert. Nö, nee. Nee, okay. Manchmal habe ich eine sehr komische Aufmerksamkeit. Spanne, ich bitte es zu entschuldigen. Oh, wo ist denn der Prozucker Pro? Ja, hier nochmal ein Arsch hat. Scheiße. Ah, buntes Dach, was willst du? Komm her. Komm her, du. Ah. Oh, da war wieder Usen-Andi. Ja. Okay, das war blöd von mir. Ähm. Ach, warum fahre ich da dran vorbei? Das muss jetzt echt dämlich ausgesehen haben. Mann, das ist kein Problem. Oh, sehr schön, sehr schön. Ja, oh, macht er. Ah, ah. Ah, nein. Ah, Mist. Mist, da stand gar keiner. Höhö. Na gut. Ah. Ja. Okay. Ah, verdammt, ey. Na, ich kriege jetzt aber auch gerade nicht so die meisten Bälle hier. Schade eigentlich. Da bin ich nochmal. Na gut. Na gut. Hab so'n Gewusel da vorne. Ja, aller... Ja, oh. Na ja, gut. Na, natürlich. Ist aber auch gerade eine hart umkämpfte Runde hier irgendwie. Ah. Na, nach. Ja, 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 nein. 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 Ärgerlich, das gibt's doch gar nicht, ey. Ja, so kann man den natürlich auch mal. Einfach stehen bleiben. Ja, ich bin ein Stückchen noch zurückgefahren. Okay. Meine ich zumindest. Aber sieht man ja alles aus. Ja. Wir haben den Videobeweis. Den Original. Ja, genau. Den besten. Na, nein. Wir könnten natürlich auch anfangen jetzt mit irgendwelchem Spray auf unserem Bildschirm, aber ich glaube, das könnte ein bisschen komisch enden. Alter Schwede. Shit. Ja. Ja, jetzt wird's langsam so'n bisschen problematisch. Hm. Hm. Etwas. Äh. Ja. Ja. Ja, sauber. Nicht schlecht. Ja, der Prozucker Pro. Prozucker Pro. Ah, gut, der hat trotzdem eine große Schnauze und, naja. Na gut, äh, in seinem Fall ist das mal erlaubt. Hm. Bin trotzdem auf den Sack, aber... ...schlimmer wär's auf jeden Fall. Ja. Wenn er da nichts abliefern würde. Ja, das ist so'n ganz typisches Ein-Tor-Unterschied-Niederlagenspiel. Äh, obwohl... Äh, okay, das war's. Äh, ja, schade. Ja, jetzt kommt bestimmt noch. Noch eine kleine Bleidigo, komm, komm. Komm, kippe zu uns, kippe zu uns. Prozucker Pro. Ah, okay, er hat sich im Griff, er hat sich im Griff. Alles klar. Okay. Ja. War trotzdem ein gutes Spiel, irgendwie. Ja, wenn wir immerhin auch zwei Tore... Okay, ja. Ja, ja. Genau. Natürlich. Tja, ich bin nicht umsonst auf Goldrang 3. Ne, egal. Ähm. Ja. Bis zum nächsten Mal, ne? Ich frage mal, wie wir das machen sollen. Aber ja, bis zum nächsten Mal. Tschau. Bis... 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 Ja, tschau.